An hochgelegenen Arbeitsplätzen, zum Beispiel auf Dächern, besteht nicht nur die Gefahr durch Absturz, auch andere Einflüsse können zur Gefahr werden. Um im Schadensfall schnell Hilfe zu gewährleisten, dürfen Arbeiten in der Höhe nie allein durchgeführt werden. Faustregel tragen von PSAGA nie allein. Das Team muss in der richtigen Handhabung der PSA gegen Absturz sowie in den Maßnahmen der Ersten Hilfe geschult sein. Eine schnelle Rettung kann für das Unfallopfer den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Denn das lange Hängen im Gurt führt zum sogenannten Hängetrauma, welches noch vor Eintreffen der Feuerwehr zum Tod führen kann. Hängetrauma Hängetrauma Vielen Dank.